Herzlich willkommen zu Fastlane, unserem schnellsten Recruiting-Event hier in der Porsche Experience in Leipzig. Herzlich willkommen zu Fastlane-Event hier in Leipzig-Event hier in Leipzig. Es ist eine total offene und freundliche Atmosphäre. Ganz anders, als ich mir vorgestellt habe von anderen Assessment-Centern oder Bewerbertagen. Es war ein großes Miteinander. Es war ein Team sofort. Wir wurden herzlich aufgenommen, wir wurden integriert, wir wurden gefordert. Wir wurden aber auch immer mit an die Hand genommen. Ich verstehe jetzt auf jeden Fall viel besser, was MAP wirklich macht. Es war halt richtig cool, welche Fachbereiche hier alles vorgestellt wurden. Und habe auch Interesse an Fachgebieten entwickelt, die ich vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte.